Punkteteilung in Köln. Die Kölner und Hoffenheim trennen sich 1 zu 1. Es bringt beiden Teams nicht wirklich was. Beide solide jetzt im Mittelfeld immer noch, aber der Sieg hat den Kölnern jeweils, auch den Hoffenheimern natürlich gut getan. Die Kölner frühen Führung gegangen durch Kainz. Und man muss dazu sagen, die Hoffenheimer hatten deutlich mehr Ballbesitz, aber die Kölner hatten mehr Torschüsse. Und allgemein, wenn die Kölner in meinen Augen im Ballbesitz waren, dann haben sie auch mehr daraus gemacht und haben auch mehr Qualität am Ball gehabt und hatten die besseren Chancen. Die Hoffenheimer hatten einen einzigen Torschuss und der war drin. Also an der Effizienz ist es heute nicht gescheitert. Don Larsen hat das 1 zu 1 erzielt. Und dann kam auch nicht mehr wirklich torschussmäßig was von den Hoffenheimern. Die Kölner, wie gesagt, weniger Ballbesitz, haben aber mehr daraus gemacht. Denn es ist dann schon etwas bitter, wenn man sieht, wie viele Chancen noch die Kölner hatten, dass man dann nur ein Unentschieden rausgeholt hat. Und das Einzige, was Hoffenheim sich, wie gesagt, nicht vorwerfen kann, ist, dass sie die Chancen nicht genutzt haben. Denn es war ja, wie gesagt, nur der eine Torschuss da. Ja, die Hoffenheimer sind dann noch am Ende in Unterzweig gewesen, weil Karbach noch vom Platz geflogen ist in der 87. Hat dem Spiel aber nicht mehr wirklich wehgetan, den Hoffenheimern nicht. Die beiden hatten ja sowieso sehr wenig Zeit, sich vorzubereiten. Die Kölner, die mussten ja so ein Nachholspiel machen und hatten dann eine Notelf, sage ich mal, weil da sehr, sehr viel Personal, sage ich mal, fertig mit den Kräften war. Aber naja, ansonsten würde ich sagen, ist es leistungsgerecht. Wir hören uns im nächsten Video und ciao.